Unsere erste Firma haben Albert und ich vor vier Jahren gemeinsam aufgemacht. Damals haben wir auf 80 Quadratmeter angefangen zu arbeiten und ich konnte noch nicht mal richtig Deutsch. Die Besonderheit bei AZ Delivery ist, dass wir mit unseren Produkten den direkten Einstieg in die faszinierende Welt der Mikroelektronik ermöglichen. Gemeinsam mit unseren 30 Mitarbeitern haben wir über eine Million Euro Monatsumsatz gemacht. Vor sechs Monaten haben wir die Firma an Seller X verkauft. Mein Ziel dabei war es, mehr Fokus und Kapital in meine neuen Projekte zu investieren. Und ich investiere mein gewonnenes Kapital in verschiedene Immobilienprojekte und genieße die zeitliche Flexibilität. Seller X war für uns die richtige Wahl, weil der gesamte Prozess schnell, einfach und sehr verbindlich war. Seit dem Kauf haben wir die Logistik um ganze 30 Prozent weiter ausgebaut. Durch das Experten-Team von Seller X konnten wir unsere Prozesse in den Bereichen der Bestandsplanung, des Warenumschlags und der Distributionspolitik weiter optimieren. Die Stimmung ist nach wie vor super und die vielen tollen neuen Mitarbeiter passen perfekt in unser Team. Unmittelbar nach dem Kauf haben wir mit den Strukturen von AZ Delivery und der Expertise von Seller X Projekte in allen Bereichen umgesetzt, um das Unternehmen weiter erfolgreich zu skalieren. Damit sind wir auf dem besten Weg, die Marktführerschaft von Deutschland auf ganz Europa zu erweitern und zusätzlich neue Märkte zu erschließen. Es freut mich, dass Seller X die Firma in unserem Spirit weiterführt und dabei so erfolgreich ist. Es war eine sehr gute Zeit bei AZ Delivery und es freut mich dabei zuzusehen, wie sich unsere Marke erfolgreich international etabliert.